Schwerer Angriff der Leuchtenden, okay, 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 aber war eine schöne Sequenz, ja. Achso, okay. Sovereign? Das ist doch von Mass Effect. Okay, mal sehen, ob ich... Oh, okay. Geht runter und öffnet die hinteren Tore. Wir müssen die Leute evakuieren. Baird, wir müssen die Brücke erreichen. Die Sovereign muss drunter bei euch. Was machst du denn da? Vielleicht können wir die Geschütze übernehmen. Oder uns abseilen, wenn das Schiff unter uns ist. Ich war voll geladen. Dann fährt die Seilbahn zur Brücke noch. Ja, aber hier ein Team. Vergesst die Brücke. Dort drüben sich die Strandete mit denen... Hey, was machst du denn da? Ja, wir probieren es einfach. Wir müssen zurück aufs Chef. Na dann, du hast Spaß beim Sterben. Ist ja nicht mein Arsch. Hey, Cole, Sie kennen deinen Ausweg. Ich auch. Hier lang. Da, jetzt geht's los. Wir kennen deinen Umweg. Los. Gibt's auch einen richtigen Weg? Nee. Gehen Sie zur Seilrutsche. Wow. Wo bist du denn wo? Ich bin hier drüben. So, fein. Ach komm, die Zielen und so. Oh, oh. Da hat jemand gut getroffen, gerade denn. 10G. Mein Terrain. Kugasgebiet. Was tut der mit deinem Mikro? Unmöglich. Ach. Oh, das ist aber schön, da. Ähm. Äh, jetzt nicht mehr. Ich liebe die Höhe. Und hör's. Ganz ehrlich. Komm schon, das Kabel geht noch bis zur Brücke. Und das ist unser Halt. Also los geht's. Äh, mit Waffe nach vorne. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mega süß. Die Arschleckmeisterschaft. Die Arschleckmeisterschaften. Okay, ich fichere dir die Brücke. Alter. Oh. Oh. Kaputt. Das war der letzte. Zumindest für den Moment. Wisst ihr, ich sorge mich eher um die Stabilität der Brücke als um irgendein Schießrede. Ach, Quatsch. Ja. Das sieht gar nicht gut aus. Und schon weiter. Wenn wir das Schiff verlieren, verlieren wir alles. Kolon Sovereign. Kolon Sovereign. Sovereign, bitte melden. Mist, der Funk ist gestört. Und ich sehe überhaupt gar nichts. Wir müssen zur Mitte dieser Brücke. Ja, aber vorher müssen wir dort rüber. Mein einzigartiges Charisma sollte helfen. Ähm, klar. Ich leide lieber was von meinem. Tja. Bin ich eigentlich der Einzige, der die Fadenkreuze förmlich spürt? Hey, da hat sich was bewegt. Auf der Barrikade. Achtung! Hallo! Jemand zu Hause? Klopp, klopp. Wir wollen nur durch. Wir brauchen nur Hilfe, um zu uns rüber zu kommen. Alter! So viel zum Thema Diplomatie. Tja, was erwartest du von gestrandeter Scheiße? Bring mir das zu Ende. Hey, das sind keine Gestrandeten. Es sind Locust. Oh. Oh, klasse. Seht ihr wieder in der Stadt ist? Wir haben sie wohl aus ihren Tunneln gespielt. Ja. Ach, Locust. Ich dachte, das Thema hätten wir hinter uns. Ist das ein politisches Statement, das ein Schitz an einer Mautstelle ist? Ja, klar. Ich glaube, weniger. Ach, komm. Jetzt ist er weg. Ich warte immer darauf, dass die explodieren. Aber Team ist ja nicht. Nee, Team explodieren ist ja nicht. Von links kommen sie. Ah, andere Seite. Ja, das ist andere links. Hm, kreative Mistviecher. Sieht aus, als würden sie Geschütze aus alten Lancern bauen. Top Einsatz. Alle recyceln, selbst die elenden Maden. Ja, die Dinger konnten ein LKW aufhören. Der Rückstoß hat die halbe Wut kaputt geschossen. Mach's doch nicht kaputt. War doch noch gut. Da siehst du, gibt da auch. So, haben wir es jetzt? Ja, ich glaube, ja. Dann komme ich hier weg. Wo müssen wir hin? Danke, dass ihr gewartet habt. Hey, mir gefällt die neue Einrichtung, die ungezwungene Schmuddeln-Optik. Bist du? Hier. Hinter dir. Vor dir. Ich habe jetzt meinen Job gewechselt. Was? Nichts, womit ein Boom-Schoss nicht fertig wird. Hier. Oh, ein Messer. Hm. Guck mal, ich hatte sie ja schwul. Hm. Oh, was ist die Idee? Oh. saftig wer hat die granate hat er so ok hier dann aah zu sehen dass deiner heimkehrt nicht deprimiert hat so weiter geht's der typ ist weg nehmen wir hier nach oben die ist jetzt sieben trafen was so feuerfach kann man hier nach oben warum bist du hier nach oben ich komme und da wo ist die action die brücke ok boomshot munition das ist gut das war das jetzt was ist denn da hinten bis wir über die brücke sind ist das schiff schon 20 kilometer weiter ach carmine immer ist das glas halb leer ja spendier mir ein bier und ich beweis es dir oh sie spendiert dir gar nichts du hast ja nicht da hoch oder herunter okay unterdeck oder laufsteg ähm laufsteg oder unterdeck ne egal berth du und carmine nehmt den laufsteg sam du und ich wir nehmen das unterdeck ja sam talk definitiv nicht für den laufsteg wenn das vorbei ist berth mach ich deine stimme eine oktave höher okay wo ist hier die party die 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 warum ich glaube sie ist gestorben mein mein begleiter sie okay ich will es auf alle fälle wo jetzt das fliehzeug ist nicht normal ok unterdeck oder laufsteg definitiv nicht für den laufsteg wenn das vorbei ist mache ich deine stimme eine oktave höhe laba rababa wir sehen das schiff aus dem feiern aus auch mit schiff Das ist, das ist echt, das ist echt Mist Das ist mal durch Ne Oh Ich hab keine Ahnung Okay Aber wo ich hin muss? Ach hier, durch die Tür Ah, hi Hier lang Ich kenn den Umweg Oh, guck mal Kennen wir den? Ja, ja Ich hab schon mal Leucht-Leviathans getötet Auf der Werft von Vectes hab eure Arsche gerettet Du hast einen getötet Hm Okay Was? Ja, wenn sie uns nicht vorher töten Wir müssen die werfen oder was? Oh mein Wer ist gestorben? Ach, der Zips Tundra ist gestorben Stimmt ja, wir haben ja ein paar Mitspieler, die wir nicht kontrollieren können Oh Mann, 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 oh Mann Mama Moment, der spielt gar nicht mehr ihr Video, aber das sollte funktionieren Wir haben zwei Mitspieler übrigens, ne? Ja, wenn wir uns nicht vorher töten. Aua. Alter. Verstecken sie echt überall. Alter. Okay. Alter, danke, danke. Hast du mal etwas Schnee? Hey, der ist so ein Kuss wieder drauf. Nein, an der Wasser wird einen die Weifen dieser Größe nur verärgert. Okay, tötet die Mörsermannschaft und fändet den checken Vorrat. Hey, geht in den Containern in Deckung. Aua, aua. Oh, oh. Er ist tot. Ich. Zwei Leute sind tot hier. Ihr müsst aufpassen, Leute. Ach, Quatsch. Aufpassen ist für Luschen. Weißt du, Granaten schlagen lieber zweimal an der gleichen Stelle ein. Wer sagt das? Ich. Oh, fuck. Jetzt bist du tot. Ich komme. Ich komme. Ich komme drauf. Da warnt sich ja kein anderer. Ich komme drauf. Bin auch gleich tot. Der ist noch einer tot hier. Mann. Krepieren hier echt. Der ist ja noch schon wieder tot. Oh. Wir mussten hier jetzt noch einer. Wir sind tot. So, jetzt. Hoch. Ich würde Mörser nicht haben. Ich nehme. Hey, was zur Hölle ist das? Ein treibender Locust kann? Oh, ein großes, langsames Ziel voller Gas. Habe ich etwa wie Kurzberg. Hey, ihr gehört mir. Ich bin doch schon bei. Toll. Ich habe keinen einzelnen Schuss getroffen. Oh, ja. Was ist jetzt? Warte mal kurz. Ähm. Ich muss kurz mal seinstellen. Verdammt. Was ist denn hier schon wieder passiert? Nee, eigentlich nicht. Ich überschneue eigentlich heute ganz schön dolle. Vom Mikro. So, wo muss man eigentlich da unten? Aua. Ähm. Danke, Arschloch. Ähm. Scheiße. Wir tauchen wieder läuft. Hat noch jemand bewahrt? Maschloch. Eieieieieieieieieiieiei. Was müsste er damit sein? Kinga. Keine Ahnung. Au. 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 Oi. Ui. Na, komm, jetzt! Aber! Hab sie! Ich hab' ne Brandgranate gefunden, wie geil ist das denn? Mhm. So. Ich bin oben. Echt süße Biest, ich bin hinter dir. Ich weiß bloß, wo ich hin muss. Andere Seite. Ja. Oh ja, da sind deine Zecken. Okay, Bert, zeig, was du kannst! Ja, Tolkan, Druck bitte. Okay, bei einem Volltreffer heißt es Gute Nacht, liebe Arte. Können Sie ihn direkt unter uns locken? Markus, während du dir eine Pause gegönnt hast, hat er das blonde Genie eine Idee? Ihr braucht mich dazu. Kannst du das Spiel schon gut unterlocken? Dann machen wir ihm Kopfschmerzen. Tiere lieben mich einfach. Einen Moment, Cole. Oh, wie fühlt es sich nicht wackelig an? Ja, aber die Erkrankung ist nur schlimmer. Ähm... Jetzt näher... Oder? Ja, okay, kommt schon! Haua. Hallo, Sir. Oh, oh. Mal ihn wiederreben. Ja, aber Moment. Hey! Ja, Amen. Okay, geht schon. Der wird rasiert da drüben, Aua! So? Aufgerollt. Komm! Jawoll! Wissenschaftlich ausgedrückt. Sehr schön, sehr schön. Geht das Hirn jetzt aus dem Arsch wieder raus, oder was? Aber mindestens, mindestens, mindestens. Ja, verdammt, lasse ich! Du, wenn ich aus, das kaltes Schiff in die Luft! Uuuuh! Spring! Wir sind so tief! Du willst sicher, dass ich dir sage, dass ich dich immer geliebt habe? Hab ich auch nicht! Wirklich, wirklich nicht! Okay. Wir fährt jetzt wieder in dem Ding drin. Akt 2. Schiff. Macht das Sinn? Hannover-Küste. Hat Hannover ne Küste? Hannover. Hannover. Du hast kapiert, Berg. Hey, wir sind in einem Stück entkommen. Nur das zählt, oder? Ja. Läuft wie geschmiert, Baby. Marcus, bist du okay? Dom, sprech mit mir! Wo seid ihr alle? Augen auf, Leute! Das ist keine Rettungsmission! Oh Gott! Los, ein Tempo! Wir müssen vor der Freakparade beim Schiff sein! Hä? Heben sie feingelassene Waffen wieder auf? Wow! Die sind anders! Keine Sprengstoffe! Die Idee, was das Geheimnis ist! Hm, wo ist meine andere Waffe? Ich hab keine. Toll, ich hab die Schrotflinte. Lass uns hier aufräumen und dann schaubere es! Lass uns hier aufräumen und dann schaubere es! Ja! 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 Los! Mach es brauche uns! Ja! 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 Alter! Mann, 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 Mann. Oh, Jimmy ist halt nie gegangen jetzt. Oh, Mann, 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 Mann. Ach Gott. Okay, hier vorne ist Munition. Was, Rückzug? Tod, würde ich sagen. Na prima, ganz klasse. Lass dich nicht stören. So, jetzt aber. Ähm. Wir haben noch mehr. Hallo? Ja, hallo. Bin noch da. Hab sie. Ach, da links. So. Hoch. Ja, meine alte Dame sieht nicht gut aus. Zeit, wir haben sie gefunden. Wir haben sie. Das ist gut. Ja, das ist gut. Santiago. Ah, ich bin schon. Oh Gott. Da ist gut? Ich bin schon. Ich bin schon. Auf dieuerung. Over. Na los, verdammt, antwortet! Marcus, ich bin mit Jace beim Schiff. Brauche Hilfe mit Prescott, sonst schafft er es nicht. Ich hab Prescott verstanden. Sag mir das, dass an meiner alten Kopfwunder liegt. Prescott. Was, gibt's hier ein Echo oder so? Ja, Prescott ist zurück. Michelson ist tot und mein Vater lebt. Große Neuigkeiten. Anja, wir holen dich da raus. Hier kommen auch noch mehr Verwundete an Land, Marcus. Wir brauchen jemanden, der bei den Rettungsbooten hilft. Sie landen direkt nördlich vom Schiff. Ganz genau. Sam und Carmine sind unterwegs. What? Wow. Nicht. Ich glaub, die sind Upgrade-Übersürungen, oder? Was ne geile Waffe. Oh. Oh, jetzt bin ich auch tot. Tschüge. Ein bisschen Hilfe. Hilfe. Hallo. Huch. Ich wurde gerade erst gerettet. Bin unschuldig. Ich glaub, das wird gerade hästig. Heftig. Wahrscheinlich, weil wir so viele Mitspieler drin haben. Ähm. Diese Scheißer können sich einbuddeln. Aua. Meiner Feuer dauerhaft hier. Das find ich nicht in Ordnung. Ähm. Meiner Feuer dauerhaft. So. Gehen Sie mal gestorben hier, oder? Ähm. Nee. Wieso? Oh, no. Okay. Ja. Eins. Oh. Na, ist er schon tot jetzt, oder? Ja. Jo. Hopp. 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 Jippie. Wir haben die Zirkusparade entdeckt. Scheiße. Sie sehen wie riesige Tuteln aus. Huh. Wow. Sie haben sich in den Kettapulte verwandelt. Die Waden sind echt pervers. What? Ah. Äh. Oh. Okay, einer weg, aber dann draußen sind noch zwei. Schalten wir sie aus, bevor sie den Rest des Schiffs zerschlüren. Okay, na dann, feuer frei. Okay. Ich hab falsch geschossen. Wie schießt man denn hier mit dem Ding vernünftig? Das ist eigentlich gar nicht. Okay, noch eins. Noch eins. Da kommt ein Ticker. Oh, nein, du magst. Ja, du magst. Ja, du magst. Ja. 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 Ja.